Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Heute geht es um Philips Hue, denn ihr bekommt heute das Starter Set mit zwei White & Color Ambience Leuchten in der E27er Fassung anstelle von 125 für 105 Euro mit der Bridge zusammen. Das heißt das komplette Set, um direkt mit Philips Hue starten zu können. Was das Set alles kann, was die Vorteile von Philips Hue sind, das werden wir uns in diesem Video einmal anschauen. Der Link zum Angebot ist einmal für euch in der Infobox unter diesem Video. Dort gibt es auch noch mal alle technischen Details und natürlich, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare oder gerne auch bei Telegram reinschreiben. Ich versuche, das so schnell wie möglich für euch zu beantworten, dass ihr euch noch rechtzeitig entscheiden könnt, falls dieses Starter Set von Philips Hue euren Geschmack trifft. Ich würde mich auch unfassbar freuen, wenn ihr mir hier auf YouTube noch kein Abo da gelassen habt, wenn ihr mir hier auf dem Kanal ein Abo dalassen könntet. Ihr würdet den Kanal damit supporten. Ich würde mich unfassbar freuen, deswegen lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir liefern euch nämlich jeden Tag in der Woche alle aktuellen News und Deals natürlich aus der Smart Home und Technik Welt, damit ihr hier auch immer auf dem aktuellsten Stand seid. Natürlich ist Philips Hue in aller Munde das größte Smart Lightning, System auf dem Markt. Ich persönlich bin überzeugter Philips Hue Nutzer seit Tag 1 bzw. seit Tag 1 der Verfügbarkeit hier in Deutschland. Lange Zeit war Philips Hue ja so ein bisschen exotisch, hat sich natürlich im Sinne der letzten Jahre komplett gedreht. Hue ist mittlerweile omnipräsent in sämtlichen Bereichen, sei es Indoor- oder Outdoor-Beleuchtung, sei es Sensorik und so weiter. Da hat Philips wirklich etwas geschaffen mit dem Zigbee-Standard, was tatsächlich sehr, sehr große Bahnen gedreht hat. Und hier muss man tatsächlich sagen, Philips Hue ist ein System, was viel Geld kostet, aber ein System, was unfassbar interessant ist, gerade wenn es darum geht, ein wirklich nachhaltiges und vor allen Dingen auch effektives Smart Lightning System sich aufzubauen. Was ist Philips Hue überhaupt? Philips Hue ist ein Lichtsystem. Grundsätzlich war das die Idee, ein Lichtsystem mit dem Zigbee-Standard. Zigbee-Standard untereinander vernetzt, Signalstärke wird gegenseitig erhöht. Hier schon mal ein internationaler Standard, der natürlich das System auch gleichzeitig offen macht für Drittanbieter. Das heißt, ihr habt hier nicht nur Philips Hue eigene Produkte, die mit dem Zigbee-Standard funktionieren und mit Hue kompatibel sind, sondern ihr könnt tatsächlich auch hier Drittanbieter einbinden, wie beispielsweise Tint Müllerlicht oder aus Rum Lightify. Das Hue-System selber überzeugt eigentlich im Kompletten immer durch eine sehr, sehr gute Qualität. Ich muss wirklich sagen, ich habe von Hue die Glühbirnen, ich habe die Lightstrips und natürlich auch die Lichtschalter, wie ihr hier im Hintergrund seht. Es ist wirklich ein System, wo ich sagen kann, hier stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Das nutze ich jeden Tag selber und das möchte ich in der Form nicht mehr missen. Denn natürlich hat Hue auch weitere Vorteile, abgesehen von der Qualität und das ist die Konnektivität. Ihr könnt Hue natürlich mit Sprache steuern, ohne Probleme einzubinden in den Amazon Echo, in den Google Home und in so gut wie jedes andere System, weil einfach mittlerweile hier der Standard sehr, sehr hoch ist. Und was ich super finde, ist die Langlebigkeit. Gerade bei den Lampen, und das ist auch die Lampe, die hier gerade an ist, beispielsweise, egal ob White, White and Color Ambience, oder die Lightstrips, die Lampen sind allesamt wirklich super langlebig. Ich hatte noch mit keiner Lampe wirklich Probleme. Muss wirklich sagen, ich habe mit anderen Herstellern deutlich, deutlich mehr Probleme in kürzester Zeit gehabt. Das haben wir uns natürlich auch angeschaut, aber hier hat man auf jeden Fall eine Qualität für diesen Preis, also wirklich auch einen Gegenwert, den man bekommt. Das Weitere, was Philips Hue wirklich hervorragend macht, ist die Farbwiedergabe. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch, die mich fragen, hör mal, kann ich wirklich ein schönes Warmweiß schaffen? Kann ich ein schönes Kaltweiß? Kann ich die und die Farbsimulation abbilden? Und da muss man einfach sagen, das macht Philips tatsächlich aus meiner Sicht heraus so gut wie kein anderer im Smart-Lightning-Bereich. Denn ihr könnt wirklich jedes Farbschema perfekt nachbilden, was nicht zuletzt auch die neuesten Artikel in der U-Serie auch beeinflusst hast. Wir hatten nämlich die Lightbars zusammen mit der Sinkbox, könnt ihr dann auch dementsprechend jeden alten Fernseher einmal mit Ambilight ausstatten und das wirklich mit einer verdammt guten Farbwiedergabe. Ich muss wirklich sagen, wer das Geld in die Hand nehmen möchte, der sollte das definitiv tun. Denn Philips Hue ist wirklich ein Produkt, was man definitiv auch für die nächsten Jahre sehr, sehr stark nutzen kann. Und die Konnektivität wird noch zunehmen. Wir sehen das zunehmend auch bei Drittanbietern. Hier kommen immer mehr Produkte auf den Markt, die kompatibel werden. Hue erweitert das Sortiment wirklich kontinuierlich und natürlich, wie sollte es anders sein, passt es sich auch immer den aktuellen Gegebenheiten an. Deswegen nutzt das aus, wenn ihr mit Philips Hue starten möchtet, das Starter-Set mit den zwei farbigen Glühbirnen und vor allen Dingen natürlich der Philips Hue Bridge, dem Herzstück des Zigbee-Systems. Heute wie gesagt für 105 Euro. Standardmäßig kostet das immer zwischen 125 und 130 Euro. Deswegen aus der Sicht gesehen ein sehr, sehr guter Deal. Link zum Angebot ist für euch in der Infobox. Dort wie gesagt alle technischen Details. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne hier auf YouTube ein Abo dalassen. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben und ich versuche das so schnell wie möglich für euch alles zu klären. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt smart. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.